Herzlich Willkommen zum Positive Affirmationen Podcast. Schön, dass du hier bist. Es wird immer wieder Momente geben, in denen das Leben uns überrascht und auf einmal alles zu viel wird. Ob im Beruf, in der Familie oder in ganz alltäglichen Situationen. Manchmal fühlen wir uns, als ob wir gegen eine unsichtbare Wand laufen. Und obwohl uns alles zu viel wird, geben wir nicht auf. Wir machen weiter. Und diese innere Kraft, die dich durch die stürmischen Zeiten trägt, ist deine mentale Stärke oder Resilienz. Stell dir vor, du bist wie ein Bambus im Wind. Egal wie stark der Sturm ist, du biegst dich, du wankst vielleicht ein wenig, aber du brichst nicht. Diese unglaubliche Fähigkeit, Rückschläge und Herausforderungen nicht nur zu überstehen, sondern gestärkt aus ihnen hervorzugehen, darum geht es in dieser Folge. Im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge gebe ich dir 8 einfache Tipps, wie du deine mentale Widerstandsfähigkeit Tag für Tag stärken kannst. Es geht nicht nur um das Überstehen von Herausforderungen, sondern dein Erblühen inmitten von ihnen. Das ist unser Ziel. Du findest den ganzen Beitrag im Blog auf highenergymind.com. Dort kannst du auch alle Affirmationen aus dieser Folge in Ruhe nachlesen. Und um dich auf deinem Weg zu mehr Resilienz zu unterstützen, habe ich für dich kraftvolle Affirmationen vorbereitet. Die Affirmationen in dieser Folge sind wie eine Rüstung für deinen Geist. Sie werden dir helfen, deine Gedanken auf Stärke, Ausdauer und positive Energie zu richten. Indem wir lernen, unsere Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern, schaffen wir eine unerschütterliche Basis für Resilienz und mentale Stärke. Nutze diese positiven Affirmationen als Ankerpunkte, um dich daran zu erinnern, dass du fähig bist, jegliche Widerstände zu überwinden und aus jeder Erfahrung zu lernen und zu wachsen. Bist du bereit, zu einer Quelle unerschöpflicher mentaler Stärke zu werden? Dann lass uns keine Zeit verlieren und direkt eintauchen. Fangen wir an. Ich wachse mit jeder Herausforderung und werde stärker. Meine mentale Stärke leitet und schützt mich. Mit jeder Erfahrung entwickle ich tiefe Resilienz. Ich bin anpassungsfähig, flexibel und immer lernbereit. Ich vertraue auf meine innere Kraft und Weisheit. Meine innere Stärke wächst mit jeder Erfahrung. Ich bin ein Fels in der Brandung, unerschütterlich und standhaft. Jede Herausforderung schärft meinen Geist und stärkt mein Herz. Mein Selbstvertrauen wächst, denn ich weiß um meine innere Kraft. In mir fließt ein unendlicher Strom von Stärke und Mut. Ich vertraue darauf, dass ich alles überstehen und meistern kann. Mein Geist ist stets klar, fokussiert und entschlossen. Resilienz ist meine Superkraft. Sie leuchtet in jedem Aspekt meines Lebens. Mit Liebe und Geduld forme ich meine mentale Widerstandsfähigkeit. Meine mentale Stärke ist mein Anker, der mich stets sicher hält. Mein Herz und mein Geist sind vereint in ihrer Stärke und Ausdauer. Ich wachse mit jeder Herausforderung und werde stärker. Meine mentale Stärke leitet und schützt mich. Mit jeder Erfahrung entwickle ich tiefe Resilienz. Ich bin anpassungsfähig, flexibel und immer lernbereit. Ich vertraue auf meine innere Kraft und Weisheit. Meine innere Stärke wächst mit jeder Erfahrung. Ich bin ein Fels in der Brandung, unerschütterlich und standhaft. Jede Herausforderung schärft meinen Geist und stärkt mein Herz. Mein Selbstvertrauen wächst, denn ich weiß um meine innere Kraft. In mir fließt ein unendlicher Strom von Stärke und Mut. Ich vertraue darauf, dass ich alles überstehen und meistern kann. Mein Geist ist stets klar, fokussiert und entschlossen. Resilienz ist meine Superkraft. Sie leuchtet in jedem Aspekt meines Lebens. Mit Liebe und Geduld forme ich meine mentale Widerstandsfähigkeit. Meine mentale Stärke ist mein Anker, der mich stets sicher hält. Mein Herz und mein Geist sind vereint in ihrer Stärke und Ausdauer. Ich wachse mit jeder Herausforderung und werde stärker. Meine mentale Stärke leitet und schützt mich. Mit jeder Erfahrung entwickle ich tiefe Resilienz. Ich bin anpassungsfähig, flexibel und immer lernbereit. Ich vertraue auf meine innere Kraft und Weisheit. Meine innere Stärke wächst mit jeder Erfahrung. Ich bin ein Fels in der Brandung, unerschütterlich und standhaft. Jede Herausforderung schärft meinen Geist und stärkt mein Herz. Mein Selbstvertrauen wächst, denn ich weiß um meine innere Kraft. In mir fließt ein unendlicher Strom von Stärke und Mut. Ich vertraue darauf, dass ich alles überstehen und meistern kann. Mein Geist ist stets klar, fokussiert und entschlossen. Resilienz ist meine Superkraft. Sie leuchtet in jedem Aspekt meines Lebens. Mit Liebe und Geduld forme ich meine mentale Widerstandsfähigkeit. Meine mentale Stärke ist mein Anker, der mich stets sicher hält. Mein Herz und mein Geist sind vereint in ihrer Stärke und Ausdauer. Ein Herz und mein Geist sind sein muss ich meine Heilige Geist sind nicht wahr. Ich bin ein Herz und bleib made. Sie leuchtet in Jana. Untertitelung des ZDF, 2020